So und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Train Simulator 2019. Heute wieder mal auf der U-Bahn Frankfurt und wir stehen hier gerade am Zoo und fahren heute, im Moment ich muss gerade mal nachschauen, die U6 mit dem U3 Typ, also dem älteren, das können wir dann gleich auch mal zeigen. Jetzt müssen wir gerade aber mal den Wagen erst abfahrbereit machen. Den Schlüssel haben wir schon, naja, umgesteckt. Ich mache schon mal einen Richtungsfinder nach vorne, dann machen wir die Batterien an, wir heben den Pantografen, schalten den Hauptschalter ein, machen mal ein Fernlicht und öffnen gerade mal links die Türen. So, jetzt müssen wir uns hier noch das eingeben. Der Kurs ist eigentlich egal, dann nehme ich meistens immer einfach die 05, warum, weiß ich auch nicht. So, wir fahren ja, Moment, das war es, die U6, ne? Das heißt, wir müssen eingeben 96. So, das Ziel. Ähm, wir fahren vom Ostbahnhof. Moment, jetzt muss ich gerade einmal schauen. Irgendwo hier stehen doch, ah ja, da müssen wir gerade mal die Kamera wechseln. Wir fahren vom Ostbahnhof. Ähm, babababam, bin gerade blind. Der Ostbahnhof ist 721, das heißt, wir fahren von 721, ne, wir fahren zum Ostbahnhof, oder? Ah ne, wir stehen ja gerade, wir stehen gerade am Ostbahnhof und fahren jetzt, ne, es steht das erst jetzt so, so. So, hatte ich mich gerade vertan. Vom Ostbahnhof fahren wir nach Braunheim-Herrstraße. Braunheim-Herrstraße ist 720. Oh, das war eine falsche Kamera. Hier sieht man übrigens nochmal, ähm, das Innenleben. Ich weiß nicht, ob die Fände das, ähm, realistisch ist. Ich denke aber mal schon, es sieht sehr realistisch aus. Aber wie gesagt, ich wohne nicht in Frankfurt, ich kenne mich da nicht so genau aus. So, dann müssen wir jetzt hier noch eingeben, 720, dann ist es auch fertig. So, die Türen sind ja schon geschlossen und ich würde sagen, dann fahren wir mal ab. So, ich hoffe, dass diesmal der Sound ein bisschen besser passt. Ich weiß, dass der im letzten Video, ähm, etwas zu laut war, meiner Meinung. Ähm, hat mich da sehr schwer verstanden und ich denke, das wird jetzt etwas besser sein. Wie gesagt, wir fahren heute auch, ähm, den älteren Wagen. Ich muss hier gerade mal gucken. Das ist hier gerade so düstert, sehe ich gerade gar nicht, wo die Ansagen sind. Moment. Wo können wir noch die Licht anmachen? Ah, hier war's. So, dann müssen wir hier drüben, ne? Ja, ich finde hier auf jeden Fall diese Ansagen wirklich schön. Ähm, sobald wir mal jetzt oberirdisch fahren, zeige ich euch dann auch mal den Zug von außen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt bei H3 oder H2 halten müssen, das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, ich weiß nur, dass wir definitiv kein Vollzug sind, also nicht H4. Ich denke, eigentlich müssten wir H2 sein. Wir haben ja, glaube ich, ich kann euch jetzt hier schon mal den Zug zeigen. Da ist es halt ein älteres Modell. Wir haben auf jeden Fall richtig geschildert. Da steht es ja, ähm, letztes Mal sind wir ja ein recht neues Modell gefahren. Und hier haben wir sogar die noch ältere Version in Orange. Und ich denke, wir dürften bei H2 halten, weil wir halt zwei Wagen haben. Steigen wir mal wieder ein. So. Dann können wir eigentlich auch schon direkt wieder weiterfahren. Ja. Ähm, das Video dient als kleiner Ersatz für den Livestream heute am Freitag. Normalerweise streame ich ja freitags immer. Letzte Woche habe ich gestreamt, das hatte ich auch angekündigt. Ähm, weil da unsere Abi-Zeugnis-Vergabe war. Ähm, deswegen konnte ich da nicht. So, dann war recht viel los, haben wir gefeiert. Und dann bin ich jetzt noch nicht zum Aufnehmen gekommen. Mich war die Woche auch recht beschäftigt. Und, ähm, dieses Wochenende kommt mich normalerweise wieder nicht zum Aufnehmen, weil ich nicht zu Hause bin. Und am Freitag kann ich auch nicht streamen. Ähm, deswegen dachte ich mir, ja, heute ist, äh, gerade Donnerstagabend. Dachte ich mir, ja, nimmst du doch gerade mal schnell noch eine Train-Simulator-Folge auf. So als kleinen Ersatz. Weil für Weiß-Off-Industrie hatte ich jetzt keine Zeit und keine Lust, jetzt noch mehrere Folgen aufzunehmen. Weil dann nehme ich immer lieber mehrere Folgen auf einmal auf, damit ich dann auch wirklich im Thema drinnen bin. Wenn ich dann immer nur einzeln was aufnehme, dann, ähm, passt das irgendwie nicht so gut meiner Meinung nach. Dann kommt man dann mal sehr schnell raus. Bei Weiß-Off-Industrie, das ist natürlich hier anders. So, habe ich die, ich habe gar nicht die Ansage gemacht, ups. Das finde ich übrigens hier besonders schön, dass hier wirklich die, ähm, richtige S-Bahn animiert ist und hier wirklich langfährt mit Zaun und allem. Das ist wirklich gut gemacht. Wir lassen gerade nochmal die Ansage durchspielen. So, sind ja schon alle ausgestiegen. Ansage geht weiter. So, jetzt können wir weiter. Jetzt mache ich direkt die Ansage, sonst vergesse ich es wieder. Die Bahn fährt sich ein bisschen, ich würde nicht sagen, schwammiger, aber sie bremst auf jeden Fall nicht so direkt wie die andere Bahn. Ist ja auch klar, die ist ja etwas älter. Dann hat man hier auch nicht diesen Kombihebel, wie bei der alten Bahn. Oh, doch, hat man, ne? Da ist auch viel so Kombihebel, aber der Richtungswender ist hier recht alt. Zumindest sieht der recht alt aus mit diesem Hebel. Aber ein Kombihebel hat man hier auch. Das ist natürlich ein anderes, äh, ich nenne es mal, äh, ich weiß nicht, wie man so eine Anordnung der, der, der Elemente hier ist natürlich, die ist natürlich anders. Ähm, weil wir uns hier natürlich in einem anderen Wagen befinden. So, ich fahre noch vor bis zur H2. So. Ist natürlich jetzt schön, dass jetzt gerade die S-Bahn mit uns mitgefahren ist, praktisch. Da hat sie ja gehalten. Mal schauen, ob wir gerade noch einen Beleg rüberwerfen können. Die wirklich eigene S-Bahn-Gleise, das ist wirklich cool gemacht. Wohin, ne, die ist gar nicht mit uns mitgefahren, die kam von, von dort. Naja. Steigen wir wieder schnell ein. Und da geht's weiter. Und die nächste Ansage. Nächste Station. Alte Opa. Umsteigmöglichkeit zur Buslinie 64. Ausstieg im Fahrtrichter Nuss. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train and the platform. Diese Ansage kommt nicht, dass man diese Stufe beachten soll, bei den neueren Fahrzeugen. Vielleicht liegt das tatsächlich an dem alten Modell. Da muss ich auf jeden Fall sagen, es ist sehr gut. Also es ist wirklich erstaunlich, dass sie das umgesetzt haben. Bei den Ansagen. Es gibt auch ein Szenario, wo man mit einem Vollzug fährt. Und an einer bestimmten Haltestelle, oberirdisch, passt nicht der ganze Zug in den Bahnsteig. Das ist auch in der Realität auch so. Und da kommt auch wohl wie in der Realität auch diese Ansage, bitte nicht die letzte Tür nutzen und die letzte Tür ist gesperrt. Und dass solche Kleinigkeiten wirklich umgesetzt wurden, das macht mir doch wirklich sehr guten Eindruck. Dass diese Karte auch sehr realistisch ist und auch genau so diese Fahrzeuge. Irgendwie ist auch nochmal schön zu sehen hier, dass das hier bei diesem Fahrzeug nicht digital ist wie bei dem anderen hier mit Nummerkerdchen 05. Sagen wir setzen uns mal hinten rein einfach, wie die Fahrgäste das hier mal erleben, wenn man hier drinnen steht. Achtung Lichtschranke, bitte gelb markierten Bereich frei halten. Wo ist sehr dunkel. Wenn wir jetzt zurückgehen. Jetzt war mal ein bisschen zu schnell. Ich kann irgendwie nur hier das Licht anmachen. Bei dem anderen konnte man auch. Aber da kann ich nicht draufklicken irgendwie. Bei dem anderen, bei der neuen Bahn konnte ich da das Fahrgastlicht anmachen. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Findet sich hier das entsprechende Licht hier nicht. Und hier Führerstandsbeleuchtung. Oh, Fahrgastbeleuchtung. Gucken wir gleich noch, ob es jetzt gleich heller ist. Bestimmt. Da sind wir angekommen. So. Ja, jetzt ist hier auch das Licht an. Naja gut. War nur zu dumm, den entsprechenden Knopf zu finden. Vandalismus geht uns alle an. Bis zu 500 Euro Belohnung. Fahrerraum. Bitte Schwenkbereich. Oh, da haben sie aber. Bitte Schwankbereich. Der Tür frei halten. Naja. So. Jetzt sitzen wir hier. Nächste Ansage. Nächste Station. Lockenheimer Warte. Unikampus Lockenheim. Umsteigen Möglichkeit zur U-Bahn-Rinie U4. Zur Straßenenlunde 16. Das ist schon ein richtiges U-Bahn-Feeling, muss man sagen. So, jetzt sitzen wir vorne rein, sonst fahren wir nachher gleich an unserem Haltepunkt vorbei. So, und einmal die Türen freigeben. Ob wir diese Knöpfe hier sind, weiß ich allerdings gerade auch nicht. Ich weiß nur hier, das ist wie gesagt der Pantograph. Heben und, ne, hier ist Heben, da drunter ist Senken, Batterie ein und aus, Hauptschalter. Hier sind die Blinker für Oberirdischen, wenn wir wirklich auf der Straße fahren sollten und Warnblinker. Ich weiß nicht, ob wir auf dieser Strecke hier Oberirdisch fahren, aber wenn, dann zeige ich das auch mal. Okay, übrigens kann man mit der Taste Q die Ansagen weiterscheiden. Das ist vielleicht ganz interessant zu wissen. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train and the platform. Ja, aber wie gesagt, leider jetzt das zweite Mal kein Livestream, aber nächste Woche werden auf jeden Fall wieder ein paar, ich denke mal zwei Rise of Industry Videos kommen. Wir werden dann wahrscheinlich auch wieder bei der Ando-Kampagne weiter streamen. Und, ja, ich habe auch bald mal wieder vor, so eine Art, naja, ich nenne es einfach mal PvP-Profi-Video zu machen. Denn, ich habe ja schon mal so ein Video gemacht mit Apex und so eins, glaube sogar zwei mittlerweile mit CSGO, wo ich mein absolutes PvP-Können gezeigt habe, was natürlich auch im Prinzip hätte ich auf der ESL spielen können. Also, ich war eSport-Ready. Und, ähm, ja, ich denke da habe ich bald, habe ich bald vielleicht noch ein Video im Petto, was ich dazu mal machen könnte. Oh, das war ja gerade die falsche Taste. So. Ähm, dass da vielleicht noch was zu kommt, wo ich dann vielleicht euch PvP-Noobs mal zeigen kann, wie man richtig, ähm, die PvP-Spiele spielt. Die richtigen Shooter. Die richtig krasse Action. Dafür bin ich ja bekannt. Kirchplatz. Umsteig muss ich all zur Buslinie 34. Ausstieg in Fahrtrichtung Loops. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind first step between the train and the platform. Kirchplatz. Ne, nicht Kirsch, sondern Kirchplatz. Ich habe irgendwie immer Schwierigkeiten, erst richtig auszusprechen. Ich weiß nicht, warum. Rheinischen liegt, dass man mal Kirsch sagt, aber... Ist ja schon ein Unterschied zwischen der Kirche und der Kirsche. So. Und da stehen wir. Und einmal die Türen freigeben. So. Dann ab da vorne nur noch 60. Auch interessant ist es jetzt, das ist wahrscheinlich jetzt aber schon irgendwo seltsam, weil ich sehe hier kein Schild, das wirklich die 60 ankündigt, sondern tatsächlich nur hier im HUD. Na ja. Was natürlich nochmal ein wunderbares Feature gewesen wäre, wäre vielleicht, wenn man die hier runterziehen könnte. Und wenn die Spiegel wirklich ein Ausklapper wäre und dass man das spiegeln kann. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu viel verlang, ehrlich gesagt. Bin ja schon froh, dass man das Fenster öffnen kann. Das ist ja im Train Simulator auch nicht selbstverständlich. So. Was ich aber sagen wollte, ich werde auch bestimmt nochmal ein Train Simulator-Video hochladen, aber nicht nochmal von jetzt der U-Bahn Frankfurt, sondern wahrscheinlich mit der Baureihe 101 und einem Intercity. Lass die. Hier seht ihr auf der Strecke, ähm, was war es, Köln-Koblenz, denn ich habe da eine wunderschöne Version dieser Baureihe 101 erstanden im Steam Summer Sail und ich würde mich tatsächlich sehr freuen, die mal mit euch zu teilen, weil man da tatsächlich auch mit dem elektronischen Buchfahrplan, dem Ebola, fahren kann und demzufolge wirklich sehr realistisch, komplett ohne HUD diese Fahrt machen kann, was wirklich sehr, sehr schön ist. So, es ist nichts anzuregnen. Dann machen wir mal die Scheibenwischer an. So. Wir können weiterfahren. Mit 30. Und es geht geradeaus weiter. Klingen wir mal ein bisschen. Fernlichter habe ich auch mal wieder ausgemacht. So. Regen wird aber doch jetzt ganz schön dolle. Ähm, als ich das Szenario ausgewählt habe, wollte ich eigentlich extra kein Regenszenario wählen. Hab dann nur, äh, neblig gewählt. Aber es macht mir doch den Eindruck, als würde es ein bisschen mehr, ähm, regnen und nicht nur neblig sein. So. Hat man gerade wieder gesehen, wie das Signal da vorne umgesprungen ist. Es springt hier immer automatisch um, wenn man sich, ähm, diesem Signal nähert. So. Dass ihr Fahrt und waagerecht oben ist halt halt. Ist halt halt auch toll, ne? Und es geht weiter. So, am nächsten Bahnhof würde ich sagen, schauen wir uns nochmal den Zug ganz genau an. Vielleicht ja noch ein Screenshot machen. So. Und einmal die Türen auf. Ich weiß, wir hätten auch bis zur Hartheffel vorfahren können. Müsste man wahrscheinlich auch in der Realität. Aber ich wollte jetzt auch einfach mal gucken, ob uns das Signal jetzt schon erkennt oder ob wir noch ein Stückchen vorfahren müssen. Aber ich denke, das Signal erkennt alle Züge hier im Bahnhof. So. Jetzt werfen wir gerade mal einen Blick von draußen nochmal auf das gute Stück hier. Auf unsere Doppeltraktion. So. Dann machen wir gerade mal einen schönen Screenshot. Zack. Da hinten auch nochmal mit dem, mit der schönen alten, orangenen Lackierung. Und hier mit der etwas moderneren, obwohl das ja doch ein alter Wagen ist. Ich weiß tatsächlich nicht, ob die wirklich in der Realität noch im Einsatz sind oder ob mittlerweile nur noch diese modernen Wagen fahren. Da kenne ich mich wie gesagt nicht so noch nicht aus. Aber fahren wir mal weiter. Wie kann ich es denn sagen? Nächste Station. Stefan-Heisestrasse. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train and the platform. Ich will mich einmal nochmal etwas anders hier hinsetzen bei der ganzen Fahrt. Ich glaube, ich werde auch die ganze Zeit nass hier. Jetzt merke ich es erst. Hier habe ich die ganze Zeit Fenster auf. Das mache ich mir gerade schnell wieder zu. Ich habe schon einen ganz nassen Arm. Kann ja nicht gut sein. So. So. Zack. Einmal angehalten. Sogar an H2 sieht man jetzt gerade nicht durch die Regentropfen. Aber da ist ja H2, H3 und H4. Und wir sind ja H2. Da haben wir auch schon wieder Fahrt gekriegt. Die Signale springen hier immer recht schnell um. Ich musste, glaube ich, erst ein oder zweimal wirklich beim Signal warten. Das ging dann auch nur, ich sage mal, ab einer Minute. Also nicht unbedingt so wie im Trainsimulator. Also ist natürlich auch der Trainsimulator. Aber mit Trainsimulator meinte ich jetzt wirklich der Zug-Simulator. Das ist hier, das, was wir hier gerade fahren. Dieses Add-On ist ja mehr ein Straßenbahn-U-Bahn-Simulator. Als der wirkliche Trainsimulator, wie man ihn kennt. Ich bin aber auch, wie gesagt, sehr erstaunlich, dass ich das hier wirklich auch umsetzen lässt. Da sind wir gleich schon am Ende angekommen. Da haben wir Fahrt. Da steht gerade noch, das steht noch auf Halten, da vorne. Ja. Und da ist unsere Endstation. Die Heerstraße. Jawohl. Nächste Station, Heerstraße. Fahrtende, bitte aussteigen. Umsteigen möglich bis zur Buslinie 60. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Bitte mind the step between the train and the platform. Ah, jetzt ist es gerade auf Fahrt umgesprungen. Sehr gut. Jetzt dürfen wir nur 30 fahren. So, und dann weißt du sie auch schon wieder von dieser heutigen Fahrt. Oh, ich war noch ein bisschen zu schnell. Müssen wir tatsächlich hier nochmal anhalten. Ist ja ein Ding. Ah, jetzt dürfen wir weiter. Sehr gut. So, dann sind wir angekommen an der Peter-Herr-Straße. Dürfen sogar noch weiterfahren, aber hier endet unsere heutige Fahrt. So. Zack, Türen auf. Ich schaue nochmal hier rein. Das ist in der Tat die letzte Haltestelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich euch gerne beim weiteren Video wiedersehen. Vielleicht bei Rise of Industry, bei einem Livestream, der meistens, wie gesagt, Freitag stattfindet. Vielleicht bei noch einem krassen PvP-Shooter-Action-Folge. Oder auch bei Nummer 2 in Simulator. Vielleicht nochmal hier auf der U-Bahn Frankfurt. Dann nochmal auf einer anderen Linie. Oder aber auch, wie gesagt, mit der Baureihe 101, was ich gerade gesagt hatte. Entschuldigt, wie gesagt, dass ich hier zwei Wochen hinterher nicht streamen konnte. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Tag. Und, da springt es schon um, einen wunderschönen Tag noch über ein Abo, würde mich freuen, über einen Kommentar und über einen Daumen nach oben auch. Macht's gut, haut da rein. Tschüss. 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 Vielen Dank.